Hallo, Paraguay Live! Wie immer, liebe Grüße aus Paraguay, ich bin Pit und heute erzähle ich euch über die 10 schönsten Plätze, vielleicht nicht direkt in die Welt, aber ich bin mir sicher, die 10 schönsten Plätze Paraguays. Schaut euch das an. Ich denke, wir werden zusammen viel Spaß haben und falls ihr andere Plätze kennt, die genauso schön sind, einfach unten teilen. Okay, also, ihr seid herzlich eingeladen, schaut euch das Video an. Bis dann, ciao, ciao! Bis dann! Bis dann! Ich bin mir sicher, das Video hat euch gefallen. Sicherlich habt ihr auch eigene Plätze, die schön sind in Paraguay bzw. in Südamerika, die ich hier nicht erwähnt habe. Also einfach unten in den Kommentaren bitte wie immer aufschreiben und ich bin froh, euch mit Hilfe von unseren Bekannten diese 10 schönsten Plätze Paraguays vorzustellen. Also sind wirklich super Plätze und wir können auch nicht alles. Also alles noch vor uns, sicherlich. Unsere Farm gehört sicherlich auch dazu, oder? Spaß beiseite. Also, schönen Tag noch. Macht's gut, wie immer. Daumen nach oben und den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gehabt habt. Ja, okay, also bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Beim schönen, sonnigen Wetter. Wobei wir jetzt wieder im Herbst sind. Bitte nicht vergessen.